Warum wollen Sie Saboteur sein, Max? Mein Land ist mir gestohlen worden, Sir. Und ich will es wieder zurückhaben. Also nur mit Zeitungen können wir diesen Krieg jedenfalls nicht gefänden, Joks. Wir müssen endlich aktiv werden. Als Angehörige der ersten norwegischer Kompanie sind Sie nun Spezialagenten. Sie werden Sabotageaufträge hinter den feindlichen Linien ausführen. Vergessen Sie alles, was Sie über konventionelle Kriegsführung wissen. Max Manus. Sie gefährden nur das Leben der Zivilbevölkerung, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Erwisch die Gestapo auch nur einen aus deinem Netzwerk. Dann haben sie auch dich. Sie foltern meine Freunde und töten sie, um mich zu erwischen. Du kannst jetzt nicht fortgehen. Die werden dich erwischen. Du kannst nicht alle retten, Max. Du kannst nicht alle retten, Max. Du kannst nicht mehr retten, Max. Du kannst nicht mehr retten, Max. Wer weiß, wäre ja auch möglich, dass wir diesen schlimmen Krieg nicht überleben werden.